so liebe leute wir schauen mal wie man das merlin rätsel löst hier unten in kimbridge aber achtet darauf dass ihr vorher den tipulsor zauber spruch gelernt habt und sitzt ihr da lange zeit quasi und verzweifelt warum ihr diese momen nicht rüberkriegt tut mir auch leid wenn es ein bisschen ruckelt irgendwie ist es auf dem pc nicht so richtig abgestimmt weil ich habe es die ganze zeit versucht mit dem normalen scale rüber zu kriegen mit dem akio aber hat nicht geklappt damit funktioniert es wunderbar einfach ein paar mal rüberkicken wo die den am besten nicht runterfallen lassen so und dann haben wir hier hinten noch so eine coole da muss er einfach rein und das merlin rätsel in der kimbridge ist fertig und erledigt super ich hoffe ich konnte euch helfen ich sag mal in dem falle peace and out bis zum nächsten mal tschau sie